...erwarteten Ergebnissen kommt. Es ist also schwierig einzuschätzen, wer am heutigen Qualifying vorn liegen wird. Wenn man ein gutes Gesamtpaket zusammenstellt, das zur Strecke passt, dann kann man die anderen Teams einholen, so wie Pastor Maldonado es 2012 im Williams geschafft hat. Ferrari hat eine gute Statistik auf dieser Strecke, ich glaube aber, dass Mercedes heute ein starkes Qualifying hinlegen wird. Alles fertig, wir sind bereit. Denk daran, die Reifen in der Aufwärmrunde nicht zu überlasten. Sie sollen warm werden, nicht abnutzen. Fahr nach dem Rennstart gleichmäßig und Achtung an den Scheitelpunkten. Mit Mischung 3 erhältst du die beste Motorleistung. Mit Mischung 3 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020